Hallo, ich bin Julia. Ich bin 17 Jahre alt und das ist meine Schule, das Karl-Spitzweg-Gymnasium in Gärmering. Wir sind hier fast 1300 Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse. Ich bin jetzt in der 12. Klasse und mache bald meinen Schulabschluss, das Abitur. Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Kunst und Chemie. Hier, das ist unser Chemiesaal. So sehen bei uns die Klassenzimmer aus. Das ist unsere Schulbibliothek. Hier haben wir Sport. Das ist der Computerraum. Und das ist die Mensa. Na, wie gefällt euch meine Schule? Von wann bis wann habt ihr Unterricht? Also, wir gehen von Montag bis Freitag in die Schule. Die Schule fängt normalerweise um 8 Uhr an und geht dann meistens bis 13 Uhr. An manchen Tagen haben wir aber auch Nachmittagsunterricht. Am Wochenende haben wir frei. Wir gehen weiter. Bis zum nächsten Mal.